Zwei Siege in der verbleibenden Gruppenphase, da bekommt dann der Spieler ein Upgrade. Und das zweite Upgrade bekommt er durch Qualifikation für die Knockouts, also für die K.O.-Phase. Also ich hoffe, das Ganze habt ihr auf jeden Fall verstanden, wie das Ganze funktioniert. Also drei Spiele stehen eben jetzt noch an und aus den nächsten drei Spielen müssen sie zwei Siege holen, wenn sie das erste Upgrade einmal haben wollen. Und dann geht es darum, qualifizieren sie sich eben für die K.O.-Phase oder eben nicht. Und da ist dann nochmal die Möglichkeit, ein weiteres Upgrade zu bekommen. Es kann aber auch sein, dass eine Karte nur ein Upgrade behält. Und ja, das sind Live-Karten, die können sich eben aufgrund dieser zwei Bedingungen eben upgraden.